Im Deutschen gibt es richtig viele Wörter, die nicht nur lustig klingen, sondern auch eine interessante Bedeutung haben. Und Janusz hat sich heute die 10 lustigsten Wörter rausgesucht, die er finden konnte. Und die stellen wir euch heute vor. Jetzt gibt's Remi Demi. Los geht's. Los geht's. Halligalli bedeutet, wenn überall ein bisschen Chaos ist. Also wenn du eine Familie hast mit ganz vielen Kindern und alle rennen rum und schreien, dann ist ein riesen Halligalli zu Hause. Quatsch, Party, wilder Quatsch eigentlich. Ja, so am Wochenende war ein bisschen Halligalli. Passt das? Ja, natürlich passt das. Wenn du mir das sagen würdest, dann würde ich denken Friedrichshain und erst mal sechs Stunden Schlange stehen und dann Halligalli. Genau. Benutzt man das Wort im Alltag in der Schweiz? In der Schweiz auf jeden Fall nicht. Ich hätte eher gesagt, dass das ein deutsches Wort ist. Also in der Schweiz benutzt man das nicht. Baller, Baller. Für mich bedeutet das, wenn einer irgendetwas redet, was nicht viel Bedeutung hat. So würde ich es interpretieren. Baller, Baller ist, wenn du total verrückt bist, wenn du ein bisschen crazy bist, wenn du nicht einen kleinen Durchblick hast. Zum Beispiel meine Schwester ist Baller, Baller, die dreht komplett durch und ich kann überhaupt nicht mit ihr reden, die ist Baller, Baller. Also eher negativ als positiv. Man könnte zum Beispiel, oder sagen wir mal anders, beim Autofahren, wenn mir jetzt einer links mich schneidet und ich denke so, ist der Baller, Baller. Vielleicht so in dem Kontext. Also ich brauche das Wort nicht so oft, würde mir jetzt gar nicht so sofort einen Satz einfallen. Man könnte irgendwie sagen, dass irgendeine Aktion total Baller, Baller war, weil sie keinen Sinn macht. Viele Leute machen diese Bewegung dabei immer, also Baller, Baller. Dingsbums. Ja, also ich sage das auch öfter mal, wenn mir zum Beispiel was nicht einfällt und dann sage ich, ja übrigens, ich war letztens bei Dingsbums. Dingsbums bedeutet, wenn du etwas beschreiben möchtest, aber du kennst das Wort nicht. Also da vorne ist dieses Dingsbums. Dingsbums ist wie, ich glaube im Englischen heißt es Thingy Pop oder so. Das ist, wenn man nicht das richtige Wort weiß und man ersetzt damit irgendwie irgendwas. Es ist, es ist interessant im Polnischen, dieses Wort heißt, wie heißt der. Ja und wahrscheinlich, weil viele Handwerker haben mit Sicherheit damals auch in Deutschland gearbeitet und wenn der nicht wusste, wie das Werkzeug geheißen hat, gibt mir diesen, wie heißt der. Dingsbums. Ja, wenn man das, wenn man das Wort gerade nicht weiß, wenn es einem nicht einfällt, dann ersetzt man es damit. Krimskram. Krimskram bedeutet sowas wie Solala. Keine Ahnung. Irgendein Kram. Irgendein Kram einfach, oder? Ja. Krimskram nicht. Krimskram, ja genau. Gut erklär. Dann siehst du mal, dass ich auch erst Deutsch lernen muss. Ok, Krimskrams, das ist lauter so Krusch, sagt man in Franken. Genau und das können vielleicht kleine Tassen sein oder ein bisschen Spielzeug und das packt man auch ganz gerne so alles in eine Kiste, damit der Krimskrams so vereint ist und schön aufgeräumt ist. Krimskrams ist auch so eine Art, wenn ich etwas Kleines habe oder wenn ich in einen kleinen Laden gehe und dann vorne an der Theke gibt es manchmal so ganz kleine Dinge, die man kaufen kann, das nennt man Krimskrams. Krimskrams macht kleine Menschen glücklich. Eigentlich so viel wie ein Blödsinn würde ich jetzt sagen. Das ist so, ja, oder? Ja, Blödsinn oder es ist egal oder so in der Art. Papa la Papp bedeutet, wenn es Quatsch ist, also wenn man lauter Quatsch erzählt, dann ach Papa la Papp, was sagst du denn für ein Schmarrn? Ach Papa la Papp, ja das stimmt doch gar nicht. Ja, wie kannst du denn sowas sagen? Papa la Papp, sagt doch sowas nicht. Unsinn, so im Sinne von. Genau. Was gibt es noch ein Wort dafür? Unfug, ne, Humpitz. Humpitz. Humpitz, genau. Also, man sagt das, wenn etwas nicht so wichtig scheint und dann sagt man einfach Papa la Papp, ja nein, kein Ding, Quatsch. Ja, in der Schweiz ist das nicht so gebräuchlich, also wir verwenden das nicht alltäglich. Pille Palle. Pille Palle, das kennt man bis in Österreich. Komm und aus Tirol. Pille Palle. Was bedeutet das? Gute Frage. Pille Palle. Ich glaube, das ist, wenn etwas unwichtig ist, also wenn so, ja, ach Pille Palle, ja, das ist echt schwer zu erklären. Pille Palle ist, würde ich sagen, wenn man sich nicht darüber so aufregen soll, es ist nicht so wichtig. Pille Palle ist, das kriegen wir schon hin, das ist nicht so schlimm, das machen wir schon. Das erledigen wir. Also reg dich nicht auf, das ist nur Pille Palle. Nicht viel Zeit und wir haben es erledigt. Und wie würdest du das auf Schweizerisch sagen? Pille Palle. Pille Palle. Pille Palle. Pille Palle. Pille Palle. Eigentlich sagt man dann wirklich, es ist... Sagt das in einem Satz. Pille Palle. 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 seht und wir nicht gerade da sind, um das zu erklären. Dafür gibt es bei uns Untertitel, aber noch besser ist, wenn man auf die Untertitel auch draufklicken kann. Und dafür hat unser heutiger Sponsor Lingopie eine ganze App gebaut. Da könnt ihr nämlich Videos gucken, und zwar echte Filme und Serien aus Deutschland mit präzisen Untertiteln und auch noch draufklicken. Das wäre doch was für dich, Janusz, oder? Zum Spanisch lernen. Ja, auf jeden Fall. Ich werde das tatsächlich ausprobieren. Ich verspreche es mir jedes Mal, ja. Einfach mal die Untertitel lesen und wenn ihr ein Wort nicht kennt, draufklicken, vielleicht sogar das Wort zu euren Vokabeln hinzufügen und später wiederholen. Probiert das mal aus bei Lingopie. lingopie.com slash easy german ist unser Link. Und mit diesem Link kriegt ihr ein ganz besonderes Angebot. Weil Lingopie unser Partner ist, könnt ihr das nämlich sieben Tage kostenlos testen. Und wenn ihr dann dabei bleibt, kriegt ihr einen gigantischen Rabatt. Probiert es mal aus. Pipapo. Pipapo. Mein Gott, was habt ihr für Wörter? Pipapo bedeutet so ein bisschen wie Pipapo-Dinge, die so danach aufgezählt werden. So, ja, Eis, Karotten, Pipapo. Also im Grunde so und so weiter. Genau, ja, genau. Würde ich jetzt nach meinem Verständnis. Pipapo sagt man ganz oft, wenn man nicht Sachen fertig erzählen möchte, sondern einfach eine Aufzählung hat und am Ende sagt, ja und Pipapo. Und ein Satz mit Pipapo? Ja, ich war dann einkaufen, hab ganz viel Frauenkram gekauft, Unterwäsche, Haarspray, Pipapo, ihr kennt's. Also für mein, äh, für mein Verständnis bedeutet Plemplem, ähm, äh, neben der Spur zu sein, perplex zu sein, äh, oder anders gesagt, nicht, ähm, nicht bei Sinnen zu sein. Wie ist hier Plemplem? So, so doof oder so übersetzt, würde ich sagen, oder? Ja, oder verrückt. Bist du Plemplem? Bist du Plemplem? So, bist du bescheuert? Bist du blöd? Bist du dumm? Bist du doof? Wenn etwas nicht ganz korrekt ist oder jemand etwas nicht ganz, ähm, den Kontext vielleicht richtig versteht, also... Dumm ist. Ja, dumm ist sie leicht. Also, meine Schwester ist Plemplem. Genau, und Plemplem bedeutet, wenn jemand blöd ist. Und warum machen die Deutschen immer bei blöd diese Bewegung? Hm, vielleicht wegen dem Scheibenwischer-Effekt. Um das Gehirn freizukriegen, vielleicht. Remi Demi. Remi Demi. Äh, ja, einfach Krach machen. Ein bisschen irgendwie feiern, ein bisschen abgehen. Remi Demi machen. Ja, das kennt man. Remi Demi. Wunderschön auf Frankisch. Wunderschön. Genau, ja, Remi Demi kann ich gut erklären. Das ist auf jeden Fall Party. Und, ähm, genau, also, dass man feiern geht und abgeht und Spaß hat dabei, genau. Und... Aber es ist schon heftig. Diese Party ist schon so... Genau, so richtig heftig. Remi Demi. Remi Demi. Da verliert man die Kontrolle. Genau, genau, ja. Remi Demi. Remi Demi bedeutet, dass da ist wieder total viel los und alle machen irgendwie Chaos. Also, ein Beispiel in meiner Schulklasse. Die Kinder sollen frühstücken und sich dabei in Ruhe unterhalten. Aber es ist mal wieder Remi Demi und alle reden durcheinander und stehen auf und rennen durch den Klassenraum. Remi Demi. Ähm, wenn sehr, sehr viel los ist, also zum Beispiel in einem Fußballstadion oder auf einem Spielplatz, ah, da ist Remi Demi, da ist ganz viel Lärm, da ist ganz viel Bewegung. Ähm, da passiert viel. Ramba Zamba. Ramba Zamba. Kennt ihr das? Ja. Ähm, dass man so, ähm, Spaß, Party macht oder so, Ramba Zamba machen. Auch heftig. Ja, genau. Aber eher kindlich auch. Ja, wilder. Kindlich wird jetzt. Ähm, ist ähnlich wie Remi Demi. Also, wenn Ramba Zamba ist, dann ist ganz viel Lärm und ganz viel Aufregung und sehr viel, da ist sehr viel los. Ramba Zamba fällt mir das Theater in der Kulturbrauerei ein. Ramba Zamba ist auch so, äh, Party machen. So ein bisschen. Lari Fari. Lari Fari. Und die Bedeutung? Dass es sehr unwichtig ist, ähm, wenn Dinge nicht besonders wichtig sind, sondern nebenbei passieren dürfen, ja. Einen Satz damit? Die Aufgabe ist super, Lari Fari. Ich würde auch noch sagen, wenn man etwas mit einer, mit der nicht der gebotenen Ernsthaftigkeit und Sinnhaftigkeit macht, sondern eher Lari Fari. Ich könnte zum Beispiel mir vornehmen, ein schönes Bild zu malen, aber mal nur zwei, drei Striche, anstatt ein ganzes Bild zu malen, dann mache ich das eher so Lari Fari. Lari Fari bedeutet, wenn du Dinge nicht so ernst nimmst. Also, er ist etwas Lari Fari. Er nimmt die Sache nicht ernst, er ist sehr, sehr easygoing, ähm, ja. Schnick-Schnack. Dass etwas sehr Besonderes ist, sehr bisschen kitschiger, ja, und etwas pompöser aufgezogen ist. Ja, eher die älteren Muttis haben daheim sehr viel Schnick-Schnack als Dekoration, ja. Schnick-Schnack bedeutet, wenn da etwas ganz Besonderes noch ist. Also, beispielsweise, wenn du, wenn du, ähm, sehr viel Schmuck trägst, zum Beispiel, dann hast du immer ein bisschen Schnick-Schnack da. Oder, wenn du etwas ganz Besonderes auf dein Essen machen möchtest, noch ein bisschen Trüffel, dann ist deine Pasta mit, mit Schnick-Schnack. Und ein Satz? Ähm, meine Mama mag sehr, sehr gerne Schnick-Schnack. Sie mag immer etwas ganz Besonderes auf ihrem Essen oder in ihrer Kleidung. Schnick-Schnack ist, ja, Schnick-Schnack ist eine gute Frage, weil die kann man doppeldeutig verwenden. Geiler Schnick-Schnack. Oder so Schnick-Schnack, wenn da so billiges Zeug ist, hätte ich jetzt gesagt. Eher so Schnick-Schnack so. Es ist so Zeug oder so Sachen, die, die so rumliegen und die man eigentlich nicht brauchen kann. Das ist schnick. Ich würde auch sagen, es ist Zeug. Schnick-Schnack, was du nicht wirklich brauchst. Äh, man könnte auch zu Luxus Schnick-Schnack sagen. Also etwas, was quasi über, äh, übertrieben ist. Etwas, was du nicht wirklich, was nicht wesentlich ist an Besitztümern. Jetzt könnt ihr mal richtig Halligalli machen und zwar als Easy German Mitglied. Als Mitglied von Easy German in unserem Club, ne? Da kriegt ihr nicht einfach nur irgendeinen Schnick-Schnack. Da kriegt ihr richtig feinstes Deutsch-Lernmaterial mit allem Pipapo. Ihr könnt dort Übungen machen, ihr könnt dort Transkripte bekommen und wie heißt das andere Dingsbums noch? Halligalli machen. Ihr könnt mit uns chatten, ihr könnt so viel Deutsch lernen, bis ihr Baller-Baller werdet. Probiert das jetzt aus. easygerman.org slash Membership ist euer Link. Den verlinken wir jetzt hier überall. Danke, Janusz. Ciao. Tschüss.